Festmeile mit Flohmarkt Kinderprogramm Oldtimer und Showprogramm auf der Bühne sorgten für einen großen Besucheransturm beim diesjährigen Friedeburger Festival. Zahlreiche Königshäuser kamen in diesem Jahr zur traditionellen Wahl des Burgträuleins. Zwei Kandidatinnen standen zur Wahl. Hallo Olga. Hallo Swan. Hier. Sie mussten sich den Fragen von den Moderatoren Tina Breitske und Klaus Cordes stellen. Anna Schlegel und Denise Heulje gaben ihre Scherben ab. Danach wurde es spannend. Buchfräulein 2012-2013 heißt Svante Renke. Herzlichen Glückwunsch! Ja, so und jetzt unter einem großen Applaus geht es für die beiden in das schöne weiße Cabrio. Auf Wiedersehen.